Jetzt geht es los mit dem Video Viel Spaß! So, ich bereite jetzt das Essen vor Jenses mit den Kindern Feuerwerk einkaufen. So, jetzt kommt der Braten in den Ofen. So, jetzt verschwinde ich mal kurz in den Keller und hole die Gelande, die Jens noch auffängen muss. Wir sind wieder da mit vielen Raketen. Mama, wo bist du denn? Im Keller. Bin gleich wieder oben. So, hier bin ich wieder, das Feuerwerk legen wir weg von Holle und Lukas und Jens, du hängst bitte noch die Gelande auf. Okay, mache ich jetzt. Wer will mir helfen? Papa, Papa, ich will unbedingt dir helfen. Okay, komm Luna, dann legen wir mal los. So, ich muss jetzt zu Holle und Lukas, sie haben Hunger. Mama. Sch, sch, sch. Wir beiden, Mama ist ja da. So, gelandet Hank, wir können reingehen, Luna So, ich muss jetzt die Beilagen und den Nachtisch fürs Essen machen Mama, komm schnell, der Papa hängt an einem Seil an meinem Kuhn fest Ich komme, Luna Schatz, ich ziehe dich jetzt hoch Okay, Schatz So, gerettet Danke, Schatz Gerne geschehen, mein Schatz Das passiert alles bis 12 Uhr nachts Um 12 Uhr nachts draußen Wir wünschen euch ein frohes neues Jahr Von mir, Ella und Luna auch Und von mir auch, mein Schatz Wir wünschen euch allen ein frohes neues Jahr 2022 Und wir danken euch, dass wir in der kurzen Zeit so viele Abonnenten und Aufrufe bekommen haben Vielen Dank dafür auch von mir, Marlene und Luna Ja, danke euch allen Ja, vielen Dank Euch allen Ein frohes neues Jahr Jahr 2000 22 Das war es schon mit dem Video Ich hoffe, es hat euch gefallen Wir sehen uns im neuen Jahr mit einem neuen Video Tschüss Hat euch das Video gefallen? Wenn ja, gebt uns einen Daumen nach oben Wenn ihr bei Ella klickt, könnt ihr unseren Kanal abonnieren Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal